Willkommen bei DWS Steuerberater Medien GmbH. Mein Name ist Udo Krämer. Ich empfehle Ihnen das Seminar Jahresabschluss 2020 Teil 1, weil in diesem Seminar geht es im Kern zuerst mal um Abstimmungs- und Vorbereitungsarbeiten im Hinblick auf Vorbereitungsmaßnahmen zum eigentlichen Jahresabschluss. Es wird aktuelles, aktuelle Rechtsprechung, aktuelle gesetzliche Neuerungen angesprochen. Es wird diese Problematik bebaute Grundstücke aufgegriffen, wo es um Abgrenzungen einmal von Grundstück, Außenanlagen, Gebäudebestandteile geht. Es wird erläutert, was jetzt bei der degressiven AFA im Rahmen der Wiedereinführung neu ist und was da zu beachten ist. Die Unterteilung der Finanzanlagen wird besprochen und wie man fertige und unfertige Erzeugnisse ansetzt und bewertet, sowohl handels- wie auch steuerrechtlich. Das Seminar kann ich deshalb empfehlen, weil da viel Wissenswertes zutage tritt, die Sie auch für Ihre praktische Anwendung gebrauchen können. Im Zusammenhang mit Teil 1 gibt es dann ein weiteres Seminar, Teil 2, wo es dann um die anderen Sachen geht, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und so weiter.